Ich bin Rabbiner Julien Chaim Soussaint, ich bin der Rabbiner der jüdischen Gemeinde Frankfurt und bin gebeten worden, etwas zur Adventszeit zu sagen. Naja, jüdischerseits feiern wir in dieser Jahreszeit natürlich Chanukka. Das ist bei uns das achttägige Lichterfest und es geht zurück natürlich auf die Geschichte vor 2200 Jahren, als der Tempel zurückerobert wurde und der siebenarmige Leuchter, die Menorah, wieder angezündet werden konnte. Aber es gibt einen Midrash, eine rabbinische Legende, die ein Lichterfest noch viel weiter zurück in der Zeit datiert. Nach jüdischer Überzeugung waren nämlich Adam und Eva die Ersten, die sich mit dem Licht beschäftigen mussten. Sie wurden nämlich, nach der jüdischen Überlieferung, an Rosh Hashanah, also etwa September, Oktober, geboren, in die Welt geschaffen. Und dann haben sie gesündigt und was kommt dann? Der Herbst, der Winter. Und das Erste, was Gott geschaffen hat, war ja das Licht. Und plötzlich werden die Tage kürzer, das Licht schwindet auch aus der Welt. Und Adam und Eva denken sich, die Tage werden immer kürzer, das hört gar nicht mehr auf. Und irgendwann ist das Licht ganz aus der Welt weg. Und sie beten zu Gott, dass er doch bitte das Licht wieder zurückgeben soll in diese Welt. Und tatsächlich, die Tage werden wieder länger. Und aus Dankbarkeit haben dann Adam und Eva im Winter ein Lichterfest gefeiert. Also welches Fest auch immer wir feiern in dieser dunklen Jahreszeit, es ist das Licht, das Zeichen der Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass das Licht nicht ganz aus der Welt verschwindet. Wir hoffen darauf, dass Gott uns helfen soll, dass es ein bisschen heller werden soll. Also bemühen wir uns am besten gemeinsam darum. Alles Gute.